Ich kann Windows 11 nicht ausprobieren, weil meine Hardware nicht unterstützt wird. Ich kann nicht abschätzen, wie sich dieses Gruppenrichtlinienobjekt auf die Organisation bzw. auf die Endgeräte auswirkt. Ich würde gerne die Intune-Konfiguration testen, aber die Geräte sind nicht direkt hier bei meinem Arbeitsplatz oder die Geräte befinden sich ausserhalb der Organisation. Ich weiss nicht, ob der Konfigurationspfad vom Apache-Webserver bei Debian gleich ist, wie bei einem Red Hat-basierenden System. Das sind ähnliche Aussagen, die ich immer wieder höre. Und das muss gar nicht sein. Herzlich willkommen zur heutigen Session. Sie haben es vielleicht bemerkt, es ist ein etwas spezieller Anfang, den ich einmal ausgewählt habe für die heutige Session. Heute gehen wir der Frage nach, warum sollte ich Zeit investieren in den Aufbau einer Testumgebung. Lassen Sie mich direkt einmal ein Beispiel zeigen. Ich befinde mich hier auf einem physischen Host. Dieser Host heisst Z440. Es geht jetzt im Moment noch gar nicht um die Architektur oder um den Hypervisor, sondern es geht darum, dass hier eine virtuelle Maschine ausgeführt wird. Eine einzige virtuelle Maschine wird im Moment hier ausgeführt. Und Sie sehen, die Betriebszeit ist 97 Tage und circa 24 oder sagen wir mal 23 Stunden. Rechtsklick, dann wähle ich die Einstellungen aus. Ich habe hier die Minimaleinstellungen, ja nicht ganz die Minimaleinstellungen, aber ich habe die Hardware-Voraussetzungen konfiguriert, damit ich Windows 11 betreiben kann. Beispielsweise habe ich hier Trusted Platform Module aktivieren, aktiviert, dann etwas Arbeitsspeicher hinzugefügt. Minimum sind 4 GB für Windows 11. Ich bin jetzt da etwas grosszügiger. Und dann braucht es im Minimum zwei CPUs. Das sind die Minimalvoraussetzungen. Und dann habe ich Windows 11 installiert, weil dieser physische Host unterstützt kein Windows 11. Und jetzt kann ich ganz einfach mit meinem Windows 11 arbeiten. Sie sehen, das ist genau die Maschine, die ich nun hier eine Verbindung aufgebaut habe. Und zwar kann ich Ihnen das schnell zeigen. Ich navigiere da zum Start, dann wähle ich die Einstellungen aus. Und anschliessen sehen wir hier, die Maschine heisst Win11. Und das ist genau diese Maschine Win11 hier. Das heisst also, ich bin jetzt in der Lage, mit Windows 11 zu arbeiten. Obwohl ich nicht im Besitz bin von Hardware, die Windows 11 unterstützt. Okay, ich habe ein etwas neueres Notebook, da könnte ich Windows 11 installieren. Aber alle anderen Geräte sind halt Testgeräte, die unterstützen Windows 11 nicht. Das heisst also, ich muss nicht irgendwie eine Entschuldigung suchen und sagen, ich kann Windows 11 nicht testen. Doch, ich kann hier alles machen, was ich möchte. Ich kann mit dem Browser arbeiten, mit Visual Studio Code. Ich kann Fiddler einsetzen, was es dann auch immer sein soll. Ich habe hier eine Windows 11 Maschine, mit der ich arbeiten kann. Okay, es gibt sicherlich auch Einschränkungen. Ich kann jetzt beispielsweise hier nicht ein FIDO2 Key testen. Also einen sogenannten Sicherheitsschlüssel, das funktioniert bei Hyper-W nicht. Ich kann diesen Schlüssel nicht durchreichen in die virtuelle Maschine hinein. Vielleicht wird das später einmal unterstützt, wer weiss. Aber das ist einmal ein Beispiel. Warum sollten Sie Zeit investieren in den Aufbau einer Testumgebung? Genau wegen solchen Situationen. Oder schauen Sie mal, ich habe hier eine etwas grössere Umgebung aufgebaut. Und zwar eine Clusterumgebung. Clusterumgebung mit verschiedenen Clusterknoten. Ja, jetzt könnte man meinen, das braucht eine wirklich starke Maschine. Ja, wenn Sie mit ganz vielen Nodes arbeiten wollen, dann braucht es sicher eine etwas stärkere Maschine. Aber das ist nicht zwingend immer notwendig. Nein, überhaupt nicht. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Und zwar navigiere ich jetzt zu einem anderen Hyper-W-Host. Sie sehen, ich bin jetzt auf einem anderen Hyper-W-Host, der heisst ProDesk. Hier habe ich einen Domänen-Controller im Einsatz. Dann einen Microsoft-Deployment-Toolkit-Server, um Windows 11 Betriebssysteme bereitzustellen. Beispielsweise mittels Pixi-Boot. Und dann noch ein paar weitere Systeme. Diese Maschine hier, die ist keine, wie soll ich sagen, Power-Maschine. Das Einzige, was ich hinzugefügt habe, ist etwas mehr Arbeitsspeicher. Das heisst, ich zeige Ihnen mal die CPU. Und wir sehen hier die CPU. Das ist ein i5. Besser natürlich wäre i7, i9 oder was Sie auch immer zur Verfügung haben. Weil Sie sehen, die CPU ist jetzt da 100% belastet. Also da, ja, ich muss wahrscheinlich ein paar virtuelle Systeme mal herunterfahren. Ich habe genügend Arbeitsspeicher, 96 GB, da reichen 16, um eine kleine Testumgebung aufzubauen. Und ich habe eine SSD hinzugefügt, die hat, beziehungsweise das ist die Betriebssystem-SSD. Ich habe eine weitere SSD hinzugefügt. Ich glaube, es ist diese hier. Die hat 4 TB. Ja, hier haben wir eine 4 TB SSD für die virtuellen Systeme. Brauchen Sie 4 TB? Nein, brauchen Sie nicht. Also, kommen wir zum Aufbau einer Testumgebung. Ich verwende jetzt an dieser Stelle Hyper-V. Müssen Sie Hyper-V einsetzen? Nein, verwenden Sie VirtualBox. VirtualBox ist kostenlos und funktioniert auf fast allen Betriebssystemen. Ich arbeite gerne mit Hyper-V. Ich habe hier eine Testumgebung aufgebaut, eine kleine Active Directory Umgebung. Ich bin nun aber in der Lage, mit Gruppenrichtlinien zu arbeiten. Ich kann Gruppenrichtlinien konfigurieren und diese direkt auf die Client-Systeme anwenden. Und ich kann so direkt das Verhalten überprüfen. Ich muss also nicht in einer produktiven Umgebung das Ganze testen. Nein, ich kann es hier in dieser Testumgebung direkt testen. Weiteres Beispiel ist die Apache-Konfigurationsdatei bei Debian-basierenden Systemen am gleichen Ort wie bei Red Hat-basierenden Systemen. Ja, wie kann ich das überprüfen? Vielleicht in einer Testumgebung. Lassen Sie mich hier zu einem anderen Host navigieren. Ich befinde mich hier auf einem anderen Host. Ich will Ihnen schnell zeigen, was mir hier zur Verfügung steht. Hostname CTL. Richtig schreiben. Hostname CTL. Und Sie sehen, das ist eine Dell-Maschine. Dell Optiplex 3040. Das hört sich irgendwie powerful an, aber ist es überhaupt nicht. Schauen wir uns mal das Ganze an. Vielleicht gibt es da ein Bild. Dell Optiplex 3040. So, Bilder. Und dann kann ich Ihnen sagen, es ist eine solche Maschine. Sehen Sie, so ein kleines, schmales Ding. Nichts Aussergewöhnliches. Keine Power-Maschine. Nein, ein ganz simples, einfaches System. Und mit diesem System kann ich arbeiten. Und ich habe hier eine Testumgebung eingerichtet, wo ich zum Beispiel mit Vagrant und mit VirtualBox arbeite. Vagrant dient mir als Virtual Machine Manager und Vagrant als Hypervisor. Alles kostenlos. Und das Betriebssystem, welches ich hier auf diesem Dell Optiplex installiert habe, ist ganz einfach Ubuntu. Ubuntu 2304. Ebenfalls kostenlos. Wie viel Arbeitsspeicher steht mir zur Verfügung? 16 GB ungefähr. Sie sehen hier, 16 GB benutzt wird im Moment 7 GB. Warum? Es sind einige Maschinen, die ausgeführt werden. Vagrant, Abstand, Status. Und wir sehen, es sind drei Systeme, das werden wir gleich sehen, die ausgeführt werden. Sehen Sie, Rocky und Ubuntu 1 und Ubuntu 2. Aha. Ubuntu 1. Also starten wir eine SSR Session mit Vagrant. Vagrant, Abstand, SSR, Ubuntu 1. Und ich kann jetzt hier mit diesem System arbeiten. Das ist ein Debian-basierendes System. Das heisst, ich kann jetzt den Pfad untersuchen, wo die Apache-Konfigurationsdatei abgelegt werden würde. Hätte ich Apache installiert. Öffnen wir ein neues Register. Ich bin wiederum im gleichen Verzeichnis. Und jetzt gebe ich ein hier. Vagrant, Abstand, SSH, Abstand und dann Rocky. Und Rocky Linux ist ein Debian-basierendes System. Das heisst, ich kann jetzt zwei unterschiedliche Distributionen einsetzen. Ich arbeite jeden Tag mit Linux. Und ich bin jeden Tag froh um diese Testumgebung. Weil ich kann so die unterschiedlichsten Szenarien durchführen. Und ich habe zwei unterschiedliche Distributionen, die ich verwenden kann. Kommen wir zurück zu meiner Testumgebung. Zurück auf meiner Testumgebung. Ich habe ebenfalls eine Testumgebung eingerichtet bei den verschiedenen Cloud-Diensten von Microsoft. Sei es in Azure, in Intune, Entra Admin Center. All diese Dienste können kostenlos getestet werden. Jetzt eben das Beispiel Intune. Ja, ich möchte unbedingt ein Konfigurationsprofil testen. Aber die Geräte sind ausserhalb. Sie sind nicht direkt im lokalen Netzwerk. Sie sind irgendwo unterwegs. Und ich möchte das jetzt gerne testen. Ich navigiere da zu den Devices. Ich wähle Windows aus. Und dann gibt es hier verschiedene Konfigurationsprofile. Und Sie sehen, da sind einige Systeme im Einsatz. Einige sind compliant, einige sind nicht compliant. Aber was ich jetzt machen kann, ich kann ein neues Konfigurationsprofil erstellen. Sie sehen, ich habe hier einige Konfigurationsprofile erstellt. Das geht von BitLocker-Konfiguration bis zu YubiKey-Zertifikat etc. Kann ich alles bereitstellen. Und dann kann ich die Tests direkt hier in meiner Testumgebung machen. Weil das sind die Geräte. Unter anderem diese Geräte sind in einem anderen Tenant eingebunden. Aber diese Geräte hier, zum Beispiel AP01 steht für Autopilot 01, ist eingebunden im Intune Admin Center, welches ich Ihnen eben gezeigt habe. Ich kann so direkt einen Test durchführen. Und ich bin dann auch in der Lage, sehr schnell das Resultat zu sehen. Weil, ja, ich kann mich mit dem Client verbinden, dann eine Synchronisierung starten. Und das Gerät holt sofort die neuesten Informationen aus dem Intune Portal ab. Das ist der Grund, warum ich eine Testumgebung aufbaue. Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Informatik. Und ich habe schon von Beginn an, als ich in die IT, in die Informatik gewechselt habe, immer mit Testumgebungen gearbeitet. Das heisst, ich habe früher viele physische Geräte gekauft, dann die ganze Verkabelung gemacht. Die Geräte waren im Keller. Ich habe dort ein Netzwerk aufgebaut, das Ganze getestet. Also eine Testumgebung war für mich schon immer das Mass aller Dinge. Weil so kann ich das Ganze umsetzen. Ich kann die verschiedenen Punkte, die ich möchte, lernen, direkt ausführen, testen. Und ich muss keine Annahme treffen. Oftmals sagen mir Personen, ja eine Testumgebung, das entspricht überhaupt nicht der Realität, ist nicht praxisnah. Hm, okay. Was ist jetzt wohl praxisnah? Indem Sie eine Testumgebung aufbauen und das Ganze in einer Testumgebung testen. Oder, dass Sie keine Testumgebung haben und einfach eine Annahme treffen. Oder spekulieren, ja es könnte eventuell funktionieren. Ich bin Consultant. Früher war ich Ingenieur, das heisst, ich war bei Kunden vor Ort. Ich konnte es mir nicht erlauben, beim Kunde zu testen. Auch kann ich mir es heute nicht erlauben, als Consultant beim Kunde einfach irgendwelche Tests durchzuführen. Das heisst, ich will genau wissen, dass es funktioniert. Ich navigiere hier ins Intune Admin Center und eben, ich möchte ein Konfigurationsprofil direkt testen. Ich möchte wissen und auch verstehen, ob es funktioniert. Entra-ID, Entra-Admin Center, eine neue Funktion, Global Secure Access. Ja, ich habe schon gehört von Global Secure Access und es wird sicher funktionieren. Nein, keine Spekulation, keine Annahme. Ich will es testen, ich will es selber ausprobieren, ich will es spüren, dass es funktioniert. In einer Testumgebung kann man das super, wirklich super testen. Conditional Access Policies, naja, habe ich schon gehört, funktionieren sicher. Nein, nicht funktionieren sicher, sondern ich teste es. Ich verwende Conditional Access Policies und teste das Ganze, weil ich eine Testumgebung habe. Das ist meine Motivation, immer mit einer Testumgebung zu arbeiten. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber ich habe die notwendigen finanziellen Mittel nicht. Sie müssen keine super performante Maschine haben. Nein, das kann ein etwas älteres Gerät sein. Ich würde sagen, schon 8 GB Arbeitsspeicher sind ausreichend, wenn Sie nur schon eine Maschine, einfach eine Maschine einrichten können, egal Windows 10, Windows 11. Diese dann vielleicht sogar einbinden in Enter ID, also ein sogenannter Enter ID Join durchführen. Oder vielleicht sogar einbinden in Intune. Dann können Sie schon sehr viel testen. Sie können auch mit einer einzigen Maschine eine Linux Distribution bereitstellen, wenn Sie Linux testen möchten. Also da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Wege. Sie brauchen da keine super performante Maschine. Aber ich lade Sie ein, dass Sie eine Testumgebung einrichten. Welchen Hypervisor Sie verwenden, ist ebenfalls völlig egal. Verwenden Sie VirtualBox oder verwenden Sie VMware Workstation Player. Es ist wirklich egal. Sie können auch mit VMware ESXi arbeiten. XenServer spielt keine Rolle. Ich arbeite gerne mit Hyper-V, weil meine virtuellen Systeme, die ich hier erstelle, die habe ich alle mit der PowerShell erstellt. Das heisst, ich starte ein Skript und alles wird bereitgestellt. Ich muss da nicht jedes Mal rechtsklicken und dann neu virtueller Computer. Nein, das erledigt ein PowerShell-Skript. Weil alles, was mich langweilt, will ich automatisieren. Und solche virtuellen Systeme erstellen mit dem Assistenten, das ist langweilig. Darum habe ich das Ganze automatisiert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in dieser Session nahe bringen oder zeigen, warum für mich eine Testumgebung einfach unabdingbar ist. Das ist so zentral für mich und zwar schon seit mehr als 20 Jahren. Das hat aus meiner Sicht auch meinem Wissensstand einen unglaublichen Schub gegeben. Weil ich kann etwas testen. Ich kann eine neue Funktionalität direkt ausprobieren. Eben, beispielsweise, top aktuell, wirklich super neu, Global Secure Access. Ich muss nichts irgendwie annehmen, spekulieren. Nein, ich kann es direkt ausprobieren. Ich kann es direkt fühlen. Oder eben die nächste Linux-Vorbereitung, die ansteht. Ja, ich verwende meine Testumgebung, um dann direkt alles, was es braucht für diese neue Linux-Zertifizierung, kann ich direkt hier anwenden. Ich kann es konfigurieren, testen, schauen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kann ich recherchieren und dann wieder testen. Oder wenn ich beispielsweise ein Projekt übernehme, welches, sagen wir mal, alles Linux-basierend ist, was ich super gerne mache, dann kann ich, wenn etwas ansteht, wenn etwas ermittelt werden muss, oder eben getestet werden muss zuerst, bevor es in die produktive Umgebung geht, kann ich es hier testen. Ich habe eine Red Hat-basierende Maschine, eine Debian-basierende Maschine, zwei Distributionen, die sehr, sehr verbreitet sind und kann direkt hier die entsprechenden Tests durchführen. Sie haben also gesehen, eine Testumgebung, die kann wirklich super hilfreich sein. Es braucht dazu gar nicht viel an finanziellen Mitteln, überhaupt nicht. Mit sehr wenig Geld können Sie eine kleine Testumgebung aufbauen und ich bin überzeugt, dass Sie dann so auch, sage ich es mal, bewusst dem eigenen Wissensstand einen Schub verleihen können, weil Sie eben in der Lage sind, gewisse Situationen abzubilden, die Sie vielleicht in Ihrer Organisation oder in der Firma nicht können und dann gestärkt aus Ihren eigenen Tests heraustreten können und sagen, hey, ich habe es getestet, ich weiss, dass es funktioniert, ich weiss, wie man das Ganze konfiguriert, wir müssen da, 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 dort und dort das Ganze machen und ja, ein überzeugendes Auftreten. Warum? Ganz einfach, weil Sie mit einer eben Testumgebung das Wissen vorher angeeignet haben. Sie können es mit einem neuen Tests heraustreten, und das ist schlimm, wie man es verändert, weil Sie mit einer gewissen Dingen kontrollieren, denn wenn Sie donc einen Kuhlisch-Kuhlisch-Kuhlisch oder ein paar Menschen, werfen einen Kuhlisch-Kuhlisch.